halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zu this is the police er ist nicht zur arbeit gekommen sie auch nicht bessie und trevor haben sich eine lebensmittelvergiftung zugezogen werden vermutlich die nächsten fünf tage im krankenhaus bleiben ist toll möchte vielleicht noch irgendjemand nicht zur arbeit kommen ich nehme jetzt mal alles braucht die kohle vandalismus eine ältere frau hat berichtet dass kinder mit kapuzenpullis unpfleetige worte auf ein naches denkmal geschrieben haben kriegt ihr das hin pass auf detectives wie viel hast du denn da im einsatz pass auf wir geben dir ich gebe dir jetzt noch die beiden die meine ich und hier kommen auch noch mal ein paar dazu damit das mal ein bisschen in gang gebracht wird hier selbstmorddrogen eine teenagerin konnte sich an den wachen des hochhauses vorbeischalten und auf das dach gelangen sie steht nun an der kante ein wächter hat die polizei gerufen gesagt er traue sich nicht sich ihr zu nähern ecke ist er könnte sehen dass sie es ernst meinte schicken wir die beiden hin selbstmorddrogen wow ein lastwagenfahrer hat ein teenager gesehen der in der mitte einer brücke über den sicherheitszaun geklettert ist der fahrer hat angehalten und versucht mit den jungen zu reden dieser wurde aber hysterisch und schrie komm nicht näher oder ich springe jetzt haben wir zehn punkte aber ich glaube fest an ihn gut dass du gefeuert wirst gott Fahrerflucht, ein Fußgänger hat ausgesagt, dass er beobachtet hat, wie ein dunkler Lieferwagen auf den Bürgersteig schleuerte und zwei Teenager auf Skateboards erfasste. Er hat nicht mal gebremst, einfach die beiden Kids überfahren und dann weiter der betrunkene Freak. Tiermisshandlung. Oh, wir haben einen wirren Anruf von einem Mann erhalten, der behauptet, beim Nachhausekommen von der Arbeit eine riesige Katze vor seiner Tür vorgefunden zu haben, die sich zum Angriff bereit duckt. Sie hat geknurlt wie ein Tyrannosaurus, hat das Opfer gestottert. Okay. Cool ist nicht, dass der eine wirklich Kojo heißt. Verstärkung. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Eine Rentnerin hat aus dem Fenster gesehen, wie eine Gruppe nackter Menschen durch die Straßen rannte. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Man hat daher ihre Nachbarin angerufen, die das geschmacklose Spektakel ebenfalls gesehen hatte. Die Frauen haben gemeinsam um die Polizei gerufen und verlangen eine sofortige Erklärung. Ich denke mal, das ist irgendwie nur so eine Mutprobe oder eine Demo oder so. Geht Kleidung. Ja, war klar, dass das noch eine ganz normale Katze ist und falscher Alarm. Das war logisch. Schade, dass es bei manchen nicht steht, was es wirklich ist. Ein Gast von Mr. Sand will Freeburg verlassen, aber ein paar Schläger haben seine Reiseroute herausgefunden und einen Überfall vorbereitet. Das Ganze ist zu einer Schießerei eskaliert und wir können jede Hilfe gebrauchen. Hier, muss ich loswerden. Der eine heißt Kojo. Das erinnert mich an diesen, kennt ihr von Stephen King? Es war ja ein Buch, wird aber verfilmt. Aber der Film war schlecht, aber ist schon sehr alt. Ging es auch um so einen Horrorhund angeblich. Mit so einem Bernardiner. War gar nicht mal so schlecht. Es sieht so aus, als hätte Vaga eine Reihe wütender Schläger von der Leine gelassen und jetzt liefern die sich mit unseren Leuten direkt vor der Eislaufhalle eine Schlägerei. Ein paar Dutzende Leute sind daran beteiligt, also sollte die Polizei besser eingreifen und die Lage beruhigen. Unerlaubte Versammlung. Personen in weißen Kappen haben sich vor der Stadtteile versammelt, verlangen eine Rückkehr zur guten alten Zeit von Rassentrennung und Sklaverei in Freiburg. Die Menge bildete Sprechchöre. Mach den Weißen. Bei einigen wurden Revolver gesehen. Naja, dieser Kuckucksklan oder was. Zerstörung von Privateigentum. Die Leiterin eines Supermarktes, Sonja Franco, berichtet, dass ein älterer Mann absichtlich die Gemüsetheke umgestoßen habe und nun keinen Schadenersatz zahlen wolle. Er hat versucht zu entkommen, aber die Wachen konnten den Täter festhalten. Da soll ich nur einen hinschicken. Toll. Einen von den drei Idioten. Die brauchen noch mehr Leute. Gibt's ja nicht, ey. Er hat's geschafft. Ich bin wirklich begeistert. Wicos Vaga wurde besiegt und seine Armee von Straßenpunks und Schlägern verstreut. Niemand weiß, was mit Wicos persönlich passiert ist, aber das ist jetzt unwichtig. Er wird sein Gesicht nie wieder in der Stadt zeigen. Ah, der Krieg ist vorbei. Super, wir haben gewonnen. Heyo. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und der geht raus, also das kann bleiben. Da sind drei. Eins, zwei, drei. Okay. Den hier. Achso. Andersrum. Ich vergesse das immer. Tag 28, 11. August, Sonntag. Tiere im Zoo leiden Hunger. Freeburg Heimat der größten Lassani der Geschichte. Und Toiletten aus Stadtverwaltung gestohlen. Die Stadt will mein Haus wegen irgendeines bürokratischen Fehlers abreißen. Wenn ich das Problem nicht heute löse, muss meine Familie eine neue Wohnung finden. Kann ich den Tag frei bekommen? Ja, aber komm morgen wieder. Ich bin zu müde, ich kann kaum noch geradeaus gehen. Kann ich nach Hause gehen? Ja, aber komm morgen wieder. Mal gucken, vielleicht mache ich nur noch bis 30 und dann höre ich mit dem Let's Play aus. Ich weiß nicht so. Ich bin halt unschlüssig. Das Problem ist halt wirklich, dass halt immer dasselbe ist. Und das jetzt 180 Tage durchzustehen, das wird für euch vielleicht auch langweilig. Ich meine, wenn man es selber spielt, ist das ja was anderes. Höchstwahrscheinlich, aber wenn man jetzt die ganze Zeit, ich weiß halt nicht, was ich so großartig mit euch quatschen soll. Weil da ja nicht wirklich viel passiert, ne? Und es ist halt gerade echt ein bisschen Nerven aufreibend. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass das dann auch so ein bisschen, wie heißt das, kein Bock mehr macht, das Spiel. Also, naja. Versuchte Autodiebstahl. Ein Mann war mit seinem Hund draußen und bemerkte auf den Rückweg eine geduckte Person mit Kapuzenpulli, die sich an einem Wagen am Ende der Straße zu schaffen machte. Wuhu. Irgendwie fehlen mir auf dieser Schicht immer viele Personen. Also viele Bullen. Verstärkung. Keiselnahme. Ein Mann mit erweiterten Pupillen ist in einen Bus eingestiegen und hat dann eine Schusswaffe gezogen. Möglicherweise nicht echt. Sie verlangt, dass der Bus sofort in Richtung Afrika losfährt. Okay. Na dann. Oh je. Wahrscheinlich, weil sie alleine war. Die Waffe war also doch echt. Entführung. Es ist ein anonymer Anruf eingegangen. Hallo. Ich habe Informationen über ein vermisses Mädchen namens Lisa Pettigrew. Ich habe sie vor einer Woche entführt, aber jetzt ist sie bereit nach Hause zu kommen. Ihr könnt sie im Hotel Truecaller im Zimmer 180B finden. Hier solltet ihr euch beeilen, wenn ihr sie noch lebend sehen wollt. Du Scheiße. Was ist das denn? Warte. So, jetzt schicke ich natürlich direkt das Wort hin und eine Polizistin und einen Polizisten-Guten. Bewaffneter Raub. Ein Passant hat berichtet, dass er einen Motorradfahrer mit einer Waffe bei einer Tankstelle hat. Anhalten sie ihn. Dieser habe die Tankstelle betreten, ohne den Helm abzunehmen. Dann waren Schrei und Schüsse zu hören. Okay. Zimmer 800B befindet sich im, ich sage jetzt, keine Ahnung, warum ich es so sage, 180B. Befindet sich im obersten Stock des Hotels. Ein roter Ball hängt von der Türklinke und auf dem Ball steht geschrieben, ruft die Bomben-Spezialisten. Das erinnert mich gerade irgendwie an S. Also an so Pennywise. Die Tür aufbrechen, einen Schlüssel für das Zünder besorgen, den Raum über das Dach des Hotels betreten. Boah. Ich mache das so über das Dach. Hinter der Tür ist ein normales Hotelzimmer mit Bett, Nachttisch, Telefon, Fernseher. Die Vorhänge sind zugezogen und auf dem Bett sitzt eine junge Frau, an der einen Sprengsatz befestigt ist. Ein roter und ein gelber Draht tragen aus der Bombe hervor. Den roten Draht durchschneiden, das Zimmer verlassen, das Hotel evakuieren und auf die Bomben-Spezialisten warten. Den gelben Draht durchschneiden. Ja. Das Zimmer verlassen, das Hotel evakuieren und auf die Bomben-Spezialisten warten. Scheint funktioniert zu haben. Nein, ich habe eh gerade keinen da. Moment. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zum Ende einer Schulabgänger-Jubiläumsfeier betreibt ein nackter junger Mann das Restaurant mit einer halben Gegenstand in der Hand, der war gar an einen Schuss auf erinnerte. Er verhält sich seitdem sehr erratisch. Ist auf einen Tisch gesprungen und hat die Gäste des Restaurants bedroht. Okay. Ich denke, wir nehmen da den Mannschaftswagen und... Ups, oda. Ja gut, komm, nehmen wir alles. Wenn schon, denn schon. Bitte, bitte, bitte. Massen-Schlägerei. Ich habe gerade keine da. Oh, jetzt. Massen-Schlägerei. Kann ich noch länger warten? Ich glaube, ich kann natürlich sogar noch länger warten. Von der Straße aus ist nichts zu sehen, aber von drin sind Schreie und das Geräusch zerbrechender Tellerzürren. Durch den Hauptangang gehen. Versuchen, durch die Hintertür zu gehen. Megafon verwenden, Restaurant ist umstellt. Als der junge Mann die Polizisten bemerkt, packt er eine Frau und hält eine Waffe an ihren Kopf. Er schreit etwas Unverständliches und übt Druck auf ihren Hals aus. Seine Waffe scheint eine Art Trappe zu sein. Sich vorsichtig dem Mann nähern. Den Verbrecher angreifen. Am besten beruhigen wir uns alle erstmal und reden. Jawohl, hat funktioniert. Schöne Sache. Das Team kann ich jetzt nicht mehr einsetzen, aber den Mannschaftswagen kann ich jetzt nochmal einsetzen. 412A in progress. Angriff. Ein Taxifahrer hat von einer Telefonzelle aus angerufen und sich beschwert, dass ein gewalttätiger Kunde sich geweigert habe, die Fahrt zu bezahlen und aus dem Auto fliehen wollte. Als der Fahrer die Tür verriegelte, drehte der Mann durch, zertrümmerte den Sicherheitsschirm und versuchte, den Fahrer zu erwürgen. Der Fahrer konnte entkommen, aber der Angreifer ist immer noch in seinem Wagen eingeschlossen. Und hier. Mastenschlägerei Frühbeck hat gegen Plitzville 12 zu 0 verloren und die hiesigen Fans sind wütend. Sie haben das Gastteam angeschrien und beleidigt, als es sich in den Umkleideraum zurückzog. Selbst durch die Beleidigungen erbost, warf der Kapitän das Gastteam seinen Schläger und traf seinen Fan mitten im Gesicht. Es kam zu einer heftigen Schlägerei, in die Fanspieler, Schiedsrichter und selbst die Snackverkäufer verwickelt waren. Da kommt nichts mehr. Die Arme machen dann dauern die Überstunden, ey. Speicherpunkt Tag 29, 12. August Montag Betrugener Student verletzt sich bei Sturz aus Fenster im 4. Stock, ein nasser Herbst, Rekordeinschlag in Freeburg, Unfall am Stausee, Wasser innerhalb von zwei Tagen abgelassen. Ich bin zu müde, ich kann, ja, aber, ja, dann geh nach Hause, ey. Ich habe gerade eine extrem starke Angstattacke, kann mich auf nichts konzentrieren, kann ich nach Hause gehen? Nein? Der sowieso nicht, ey. In meinem Haus sind ein paar Rohre beschädigt und ich muss auf den Kleppner warten, kann ich mir Freude nehmen? Ja, komm, morgen wieder. Mein Sohn hatte ein Auto umvoll und die Ärzte kämpft um sein Leben. Ich kann heute einfach nicht arbeiten, kann ich mir einen Tag frei nehmen? Ja, natürlich. Das ist gar keine Frage. Die Stadt will mein Haus wegen irgendeines bürokratischen Fehlers hier, aber komm, morgen wieder. Und Schussverkauf, den ich nicht verpasse, kann ich einen Tag frei haben? Nein? So, wer möchte denn? Da, ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Du bist auf jeden Fall befördert. Oh. You know when a police chief really feels his power? When he hires and fires people? When he throws folks in jail? When he's bossing everyone around all morning? No. There's no power there. Just bureaucratic red tape. Like directing traffic. Not that it's all bad. No. I feel it the most when people come to me with accusations. Accusations happen outside the law. They don't need to be rational or supported by evidence. They don't petition justice in the careful words of legal formality. No. An accusation is a personal cry. Full of resentment or envy. A defeated moan. Or an angry howl. The accuser rarely imagines you'll share their resentment, their envy, their hatred. No. But they do imagine that your love of power is so strong that you'll leap to decide the fates of others. Happy just to take someone's word for the facts. Businessmen accuse the gangsters. The gangsters blame our public figures. Public figures denounce politicians. The politicians point to the businessmen. When it comes to accusation, there's only one rule. Don't aim too high. If you overestimate your own importance, then complaining can cost you your life. So choose the easier path. Exaggerate as far as you can. And try to make your plea sound as sad and pathetic as possible. The accusation I received today sure didn't fit the normal mold. After killing Vickis Varga and routing his supporters, Sand further strengthened his already powerful authority. Even a month ago, anyone coming out against Sand would sound like a lunatic with a death wish. Today, it's the same thing as suicide. But the letter I'm holding in my hands directly connects Henry Sand, lieutenant of the Sand Mafia family, to the reported death of successful banker John Pottsy. Henry has a daughter, Marianne, a dancer, and apparently it all started with her. One day, Marianne danced in the title role of a production of Giselle. And Henry, proud father that he is, brought the whole family to the premiere, along with some of the family's business partners. Among their guests was the young banker, John Pottsy. He couldn't keep his eyes off Marianne, but she ended up brushing him off. In response, Pottsy ambushed her one night after rehearsal, pulled her into his limousine and had his way with the poor girl. After that, the gentleman that he was, he drove the girl home and threatened that if she told anyone what happened, her mother would get the same treatment. But her father still managed to shake the truth out of Marianne, and he decided to take his revenge. Of course, Henry knew he couldn't just go with his instincts and put a bullet in Pottsy in broad daylight. The rich bastard was too important for business, and Henry is neck deep in the family business, overseeing transportations for the Sand Mafia. He knew about every delivery delay, every car, and every shop. It was mostly thanks to Henry that the whole Sand operation rolls so smoothly. Henry has free access to all their off-book cars, and a tar-black motive. Yeah, he could easily arrange the death of John Pottsy as a drunken, late-night hit-and-run. But Henry Sand is smarter than that. If this story about Pottsy is true, he'd more likely go to the boss and ask permission. I'd have figured this letter the ramblings of a retired gangster looking to spice up his life with little excitement. The way the letter started, My dear little ol' cop-cake. I had every mind to toss it in the trash. But something else got my attention. They're rarely ever signed. But this one ended Robespierre, and I doubt it's an imposter. No one would go against the most powerful group in the city, hoping to hide behind the name of some prankster clown. Like everyone else, I had no idea who Robespierre was or what he wanted. But there was no doubt that this guy was more than a little crazy. An arrogant psychopath. Could be dangerous. Definitely worth looking into. So. Ach, der Patsy da. Der Patsy. Detectives, ich muss hier mal was abziehen. Raub. Drei bewaffnete Raubler mit Masken haben die Bank betreten. Gefeuert, dass der Manager den Safe öffnet. Da schicken wir das Wort hin. Und... Alle meine Bullen? Ich würde jetzt nur drei dahin schicken erstmal. Ich würde jetzt nur drei dahin schicken erstmal. Ah ja, der hat das genau. Der hat die Ermittlungen jetzt auf sich genommen. Detectives, da schicken wir noch sie dazu. Dann passt das. Die Bank liegt im Stadtzentrum, wo dichter Verkehr vorherrscht und viele Zivilisten unterwegs sind. Den Eingang zur Bank mit dem Polizeiwagen blockieren. Bequemes Feuerpositionen beim Haupteingang einnehmen. An eines der vordersten Fenster anschließend einen Blick in die Bank werfen. Denn ich würde den Eingang erstmal blockieren mit dem Polizeiwagen. Aus der Bank ist der Schreiner fortzuhören. Das Megafon verwenden. Achtung, ihr seid umzingelt. Das Gebäude stürmwarten, bis der Bankrohr bei rauskommen. Megafon verwenden. Nein, Herr B, komm, wo ich bin. Scheiße. Angriff. Eine zu Tode verängstigte junge Frau hat soeben von der Handelswerkschaft aus angerufen. Ein betrunkener Fabrikarbeiter ist in das Gebäude eingedrungen. Derselbe Mann, der am Vortag die Gewerkschaft besucht und die Auszahlung von Rückständen bei seinem Lohn von den letzten sechs Jahren verlangt hat. Der Mann schreit herum und droht durch das Schaltfenster zu brechen. Bewaffneter Raub. Es ist eben ein Alarm in ein Juweliergeschäft ausgelöst worden. Sechs bewaffnete und maskierte Männer haben den Laden betreten und verlangt, alles Geld und allen Schmuck in eine große Mülltüte zu stopfen. Machen wir das so? Ah, da muss ich erst warten. Das kann der nicht alleine hinkriegen. So, Angriff. Während einer Aufführung von Meine Süße Julia, der Zombie, wurde Darsteller auf der Bühne aus dem Publikum mit Eiern beworfen. Der Angriff wurde von Rufen begleitet. Schande, Necrophilie. Wie könnt ihr es wagen, einen solchen Klassiker in den Dreck zu ziehen? Laut dem eltlichen Theaterwachmann Mein Gott, ich kann es nicht aussprechen. Eltlichen Theaterwachmann wurde in die Eier von zehn jungen Frauen in weißen Kleidern geworfen. Okay. Wir brauchen Unterstützung. 311A in progress. 412A in progress. 412A in progress. Der Empfang in der Stadtverwaltung hat nicht genügend Schutz. Der Bürgermeister bedringt um darum, dass sie mir Beamte schicken. Ich habe nichts. Ich habe keinen da. Nein, ich habe keinen da. Gewaltsame Auseinandersetzung. Nachbarschaft der Segemühle. Es ging soeben ein Anruf von einem Mädchen ein, das mit Freunden bei der Segemühle grillen wollte. Als das Essen bei nahe fertig war, erschien eine Gruppe von betrunkenen Studenten und behauptete, das sei ihr Platz. Es kam zu einem heftigen Kampf. Ich schicke erstmal nur die beiden da hin. bewaffneter Raub. Drei bewaffnete Räuber konnten die Besucher eines Varietektheaters berauben. Bevor die Zivilisten verstanden, was vor sich ging, waren die Kriminellen bereits vom Tatort geflohen. Bis zur letzten Ikone dachten, alles wäre nur ein Teil der Show. Der Mann an der Garderobe sagt, die Räuber seien in einem gelben Schulbus geflohen. Machen wir jetzt mal, schicken wir die so dahin, so. Dann habe ich nämlich gleich noch welche da, falls da noch mal Verstärkung hin muss irgendwo. Mord, ein Zeuge hat berichtet, dass ein Mann zu einer Tankstelle gefahren und dort ausgestiegen sei, um den Mann an der Kasse mit einem Sturmgewehr niederzuschießen. Und jetzt steht der einfach ganz ruhig da und tankt sein Auto voll. Der Typ ist voll durchgedreht. Selbst so spät nachts war es nicht schwer, den richtigen Bus zu finden. Die Verbrecher haben ihn nur eine Meile vor einem Stadtmotel wieder zurückgelassen. Den Wald durchsuchen, den Bus durchsuchen, das Motel überprüfen. Das Motel überprüfen. Der Menschheit des Motels berichtet, drei Männer haben mich mit einer Waffe bedroht, als ich sagte, wir hätten keine Zimmer mehr. Ich habe sie in einem Zimmer untergebracht, das ist bereits Ergebnis, aber die werden nicht sehr glücklich sein, mit unseren Gästen zurückkommen. Okay, versuchen die Bewaffneten reinzulegen. Wer ist da drin? Sie sind in unserem Zimmer. Alle Zivilisten befehlen, in ihrem Zimmer zu gehen, die Türen abzuschließen, um dann den Angriff zu starten. Oder an der Tür klopfen, aufmachen, Polizei. Ich würde es täuschen, mit hier, wir, sie sind in unserem Zimmer. Scheint wohl funktioniert zu haben. Oh, es ist einer verstorben, der Pujo. Ja, so, enden wir den Tag. Für Tod erklären machen wir sofort, klar. Oh. Jack, you always come back so late. What's wrong? Bad news? Good news, Jack. Laura is ready. Ready how? She's coming back? When? Not that fast, Jack. Laura's ready to talk. But if she's ready to talk, she's getting ready to come back. You just need to find the right words. You can find the right words, right, Jack? I'm not an idiot. I didn't ask for this, Jack. It's the middle of the night, and I'm alone on an old farm, 40 minutes away from anywhere, sat on a creaky porch, and now I'm getting snapped at. I came here so you could personally promise me that you'll be able to find the right words. So let's try again. You can find the right words, right, Jack? I can find the right words, Mrs. Markham. That's good to hear. Tomorrow night at 3 o'clock at the Octopus Restaurant. You know it? Yeah, but it's closed at night. Oh, I've arranged for them to be open. Don't be late. But don't come too early, either. Mrs. Markham? Yeah? I should probably offer you some tea or something before you go. Do you have any tea? No. Good night, Jack. Speicherpunkt, Tag 30, 13. August, Dienstag. So, halbjährlicher Bericht, mehr Tode als geboten in Freeburg. Rote Katze rettet Mädchen vor Vergewaltiger. Und, äh, Debbys Café unter Verdacht für Verstöße gegen Gesundheits- und Sicherheitsauflagen. So, meine Lieben, ich muss jetzt aber, ich mach jetzt Schluss. Ich muss sowieso aufhören, aber ich beende das Let's Play auch hier an dieser Stelle. Ähm, ich weiß, dass es einige Let's Player gibt, die das Spiel beendet haben, wohl. Ähm, und, äh, ja, aber es würde sich jetzt halt so weiter drehen. Es würde nur, also es würde wirklich bis zu diese 180 Tagen gehen. Ähm, und immer wieder dasselbe Spiel mit denen halt, äh, mit den Aufgaben und mit den Polizisten, mit den Detectives und so. Also es würde sich immer wiederholen und nur ab und zu kommen dann halt so Szenen, wo man halt mehr über die Geschichte von Jack erfährt. Ähm, es ist zwar ein sehr interessantes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist irgendwie, also für mich persönlich kein Spiel, äh, was ich, äh, weiter Let's Playen kann, weil, ähm, ähm, ja, was ich privat zwar zocken kann und auch weiter tun werde, aber halt, äh, Let's Playen, ich weiß halt nicht, wie ich euch irgendwie am, ähm, ähm, ja, dabei bei der Stange halten soll oder sowas, ne, weil es halt nicht wirklich viel passiert, über das man halt reden kann oder sonst irgendetwas. Und, äh, so wirklich über Gott und die Welt reden, mhm, das tue ich ja immer nur so nebenbei. Okay, deswegen würde ich das jetzt, wie gesagt, hier an dieser Stelle beenden. Ähm, ich kann euch nur ans Herz legen, kauft es doch selber, das Spiel ist, ich glaube, schon ein bisschen älter, ich bin mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher. Ich weiß aber, dass es auch bereits einen zweiten Teil davon gibt, ähm, ob es sich wieder um Jack handelt, keine Ahnung, wahrscheinlich eher um jemand anderen. Ähm, den ersten Teil, äh, könnt ihr sogar umsonst, ähm, äh, über Origin X spielen. Dafür bräuchtet ihr aber ein Abo, ähm, für 25 Euro, äh, im Jahr oder sowas. Da kann man halt viele Spiele, also einige Spiele, ähm, ähm, äh, umsonst zocken und, äh, das wechselt halt immer wieder durch. Das ist genauso vergleichbar wie mit Playstation Now oder so. Äh, ja. Wie gesagt, also, ähm, Ähm, ihr könnt es ja selber zocken oder spielt es selber durch, äh, trefft andere Entscheidungen, holt euch den zweiten Teil, spielt das und, äh, weiß ich nicht, äh, schaut euch oder schaut euch halt bei den anderen das Let's Play zu Ende an, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte wirklich zu Ende geht, aber selber kein Geld investieren wollt oder sonst, oder halt kein, äh, kein Access habt. Ähm, ich bin auf jeden Fall hiermit durch und, äh, bedanke mich bei euch aber fürs Zusehen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.